Hallo und herzlich willkommen meine sehr geehrten Damen und Herren zu einer neuen Folge von Benju und Kazooie. Geh mal zurück hier. Ja, ähm, heute mit mir, ihr wart es sehr sicher, und ich hab keinen Plan, was wir machen müssen. Ich weiß nicht, was der Floschen eingesammelt hat. Ich bin verwirrt nach der letzten Folge. Ich hab sie mir zwar angeschaut, aber bin genauso schlau wie vorher auch. Aber ich meine mich zu erinnern, dass wir Geschenke ein... Oh, 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 Hilfe. Nein, Schneeballstach, nein, mag ich nicht. Doch, mag ich schon, aber nicht hier in dem Spiel. Ich glaube, wir müssen Geschenke einsammeln. Höh! Alter! Ich hab keinen Plan, was wir machen müssen, denn ich bin so verwirrt. Alter, ich will hier aus diesem Scheiß-Kaltenwasser raus, Mann. Hallo. Spiel. Guck mir das nicht an. Alter, die werfen ja schlimmer als ich. Brauch leben. Geht auch zu lachen. Nicht witzig. Ich muss mich hier erstmal umsehen. Nicht schon wieder. Kann man die nicht einfach unboxen. Moment, gehen wir mal zum Walrus. An das kann ich mich noch erinnern. Guten Tag, ich grüße Sie, mein Freund. Schon wieder dieser Bär. Nimm die orangefarbenen Nervenzege und lass den Armen. What's up? Alleine. What's up? What's up? Oben gibt es eine Feder und noch etwas Interessantes. Was Interessantes, was nicht da ist. Alles klar. Ach so, ja, Moment, da war doch ein Jinjo. Und ich glaub noch eine Prüssel. Äh. Gibt sich hier noch was? Nein, da will ich nicht dran. Dieses Level ist leicht verwirrend. Das ist das einzige, was mir dazu einfällt. Okay, das hat nicht ganz geklappt. Ja, da hinten. Nein, was mach ich? Bin ich des Wahnsins? Oh. Na los. Geschenk. Ne, Geschenk. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Das ist zum Geier. Nein. Ich hänge fest. Oh, ich will da oben auf den Schneemann. Schneemann, ich möchte auf den Schneemann. Ja, das läuft ja sehr gut. Was haben wir bisher gemacht? Gar nichts. Da ist noch so ein Typ. Ah. Ich dachte gerade, da geht es runter in den Abgrund. Nein, lass mich in Ruhe. Rosti, lass mich in Ruhe. Aus. Oh. Oh, Kamera. Geil. Geht bei mir weiter, wie es bei dem Flo aufgehört hat. Ja, ja. Ich weiß, es ist ein Kinderspiel. Eigentlich sollte man das ja... Aber... Das Spiel ist schwer. Es ist nicht so was leichtes wie die ganzen Spiele heutzutage. Dieses Spiel erfordert etwas mehr Skill. Jedenfalls rede ich mir das ein. Ah, jetzt gehen wir mal auf den Schneemann. Wenn wir hier nichts finden, dann tut es mir sehr leid. Ne, es tut mir echt leid, wenn wir nichts finden. Das Geschenk ist wahrscheinlich jetzt auch weg. Was ist denn das für ein Schal? Ich kriege einen Drehwurm. Den brauche ich noch nicht. Ich habe Angst, falsch aufzutreten. Nein, das war nichts. Ich glaube... Ja, das wurde schon eingesammelt. Ja, stimmt. Ich habe die Folge ja gesehen. Da oben ist ein Geschenk. Ich bin ein Geschenk. Ich mache traurige Bären glücklich. Was können wir hier jetzt genau marken? Nicht viel. Boah, wie lange ist das her? Das ist halt ich bei... Es ist ein Street, wollte ich gerade sagen. Bei Benjo-Kazooja, Benjo-Tui geflogen bin. Wir hatten ja nur Benjo-Tui. Aber bin ich so gerne geflogen. Was? Was? Das ist interessant. Damit habe ich nicht gerechnet. Das war mein Freund. Oh, nein. Okay, das wollte ich nicht. Ich dachte, wir machen dem jetzt den Garaus. Geschenk. Was? Was ist denn das? Ich muss mich verhastet. Das Spiel? Ich könnte etwas Wärme gebrauchen. Ja, aber im IQ ist das auch nicht gerade gesagt. Dann suche ich mal den Weg nochmal zum Igloo. War der. Ne, da komme ich nicht hin. Doch, so komme ich hin. Das lasse ich mir nicht nehmen. Hat super viel geklappt. Hat super viel geklappt. Ne, ich meinte, hat ja super viel geklappt. In Deutsch, das wird ja immer besser. Sind wir hier überhaupt richtig? Ja, sind wir. Gucken wir mal die zwei Geschenke ab. Hallo, frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Frohe Weihnachten. Hoi. Was sind die Geschenke? Sag Bobby Boccy. Wollt uns etwas mitbringen. Mann, ich bin schon so lange weg. Ich wollte ein iPhone. Was? Wow, danke, brauner Bär. Ey, schau. Ah, das ist alles andere. So, Gugu kriegst es auch. Stehst alleine. Cool, noch ein Geschenk. Fehlt nur noch eines. Ne, der andere kriegt nichts. Also, ich meine dich. Kriegst nichts. Ich bin mir Speicher, ne, wenn ich will. Nein, können wir nicht. Und es gibt ja noch zwei Junjos. Wie kriegen wir die? Vielleicht sollte ich mich mal in die Wöhle des Mumbo's begeben. Wo ist er? Mumbo? Mumbo, Jumbo. Wo bist du? Mumbo, Jumbo, ich bin es. Hey, wach auf. Ah. Ich höre einen Chinjo. Chinjo! Da ist ein Chinjo. Oh, guck mal nicht. Hoch. Ich will da nuf. Ich will da nuf. Ich will da rauf. Ist ja gut. Ich will doch hier hoch. Ja, Kevin, ich hab dich gehört, Mann. Das tut weh. Ich hab nie gedacht, dass ich wirklich mal damit anfange. Ich will da rauf. Alter, ich will hier hoch. Chinjo, du bist mein. Ich bin auf Mumbo's Dach oben. Ja, das war's. Yay, wir haben immerhin einen Jumbo. Mumbo? Mumbo, Jumbo. Umenaka, alles klar, danke, mein Freund. Äh, äh, ich bin ein Seehund-Mairo-Ding. Sieht aus wie ein Fischstäbchen. Äh, geht's hier raus? Darf ich hier raus, bitte? Hä? Ich bin hier raus. Was soll denn das? Ah, ich dachte gerade schon. Yay, ich sterbe nicht mehr im Wasser. Toll. Yay, ich kann sogar... ...spinnen. Aber ich kann nicht angreifen, das ist doof. Ha! Ah! Hui! Hui! Hu! Sollte vielleicht aufhören, in die Schussbahn von dem Typen seinen Schneebellen zu laufen. Oder zu friechen. Ich weiß nicht genau, was ich gerade mache. Ich kann aber nicht angreifen. Das finde ich äußerst nicht schön. Eier sammeln. Eier. Eier. Wir brauchen Eier. Ich weiß nicht, was ich hier so wirklich viel machen kann. Ich bezweifle das. Hu, 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 hu. Hu, 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 hu. Hu, hu, hu. Da ist ein Mumbo-Schädel. Mumbo-Schädel. Du bist mein. Yay. Hat sich das doch ein bisschen gelohnt. Folge. Yay. Immerhin. Ein Jinjo und ein Mumbo-Schädel und ein paar andere Sachen. Besser kann eine Folge nicht laufen. Doch, wir könnten ein bisschen mehr skillen. Ach, das ist der von da oben. Okay, dann haben wir ein kleines Problem, wenn wir sterben. Und hier sind wir ja erst hergekommen. Nein! Okay. Was passiert, wenn wir uns die Stiefel versuchen zu nehmen? Geht nicht. Mumbo, verwandel mich zurück! Ey, ich bin wieder ich. Blödes Haus! Nein! Wir sind gleich tot! Ich will nicht unsere Sachen verlieren. Gut, ich glaube, der Jinjo ist ja noch da, aber... Aber nicht die Geschenke. Was ist denn mit dem blöden Schalter da hinten los, Mann? Äh, ah! Ja, stimmt, ist ja der Baum. Der Baum! Ich hasse es, wenn es so rutschig ist. Passiert mir auch ständig. Wenn es so rutschig ist, dann kann ich nicht ganz mit Honigwaben einsammeln. Denn wie jeder weiß, sammelt man sein Leben auch in Wirklichkeit nur mit Honigwaben. Ähm... Hat Flo nicht eigentlich... Oh. Nein! Ich muss gerade mal erst gucken. Okay, das klingt nichts. Nein! Nein! Ähm... 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 Hilfe! Ich brauche ein Bottles. Ich kann mir kein Leben geben. Nein! Ich schaue mal kurz das nach. Oh! Oh! Ich schaue mal kurz das nach. Ich schaue mal kurz das nach. Ich schaue mal kurz das nach. Aber wir haben gleich kein Leben mehr. Ich schaue mal kurz das nach. Aber was ist denn mit den anderen da? Nein! Ich schaue mal kurz das nach. Heul! Heul! Ja, ich bin ganz deiner Meinung. In der Tat. Ähm... jeremy pascal und jacqueline und ja wie sie alle heißen was ist heute mit mir los ich glaube das wird doch heute eine sehr kurze folge ich weiß nicht was ich machen soll ich traue mich nicht da runter zu gehen ich sterbe doch eh wieder nein schnauze nein schnauze erst mal federn sammeln und dann sehen wir weiter da oben geht es zum ziel gell ja da sind extra leben gott sei dank dass es nicht heißt dass wir jetzt wieder sterben dürfen nein das heißt es auf jeden fall nicht okay leute ich glaube wir machen in der nächsten folge weiter ich habe mich echt angst dass wir hier gleich sterben ich hoffe dass dann der froh wieder dabei ist der hat so ein bisschen mehr überblick über das level ich hoffe dass wir es dann auch mal rumkriegen gut in dem sinne hoffe ich dass es euch gefallen hat und wir sehen uns in der nächsten folge dann zu wenn du kasui so dann alle macht's gut ciao